Leben im Meer Der Weiße Wolf spürte, dass die Polizei und drückte ihn mit Gewalt in das Paket. Ein großer Akteur im Bereich der Angriffskraftführer. Der Schwanz des Monsters wurde plötzlich erzweifelt. Das Monster ist völlig wütend. Der fünfzachige Mann ging zu Bayern um seinen Vorhinein. Unerwartet sprach Sioui plötzlich vom Himmel. Der Leitfaden wurde direkt in seinen Kopf eingefügt. Hier sind die Monster am schwächsten. Es ist auch die einzige Möglichkeit. Monster zu Desiree nutzte schließlich ihre Weisheit und ihre Mut. Siang Jelote bewies seine Stärke.